Hallo ihr super schlauen Menschen, herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde Algorithmen. Ja, ich weiß, lang ist es her und ich habe definitiv die Serie nicht vergessen. Ich will die nämlich noch ein bisschen ausbauen, sodass wirklich alles im Lehrplan abgedeckt ist. Wenn euch also noch etwas fehlt aus dieser Playlist, dann bitte, bitte schreibt mir. Heute habe ich einen weiteren Wunsch von euch dabei, denn jemand hat sich gewünscht, dass ich doch mal bitte den Unterschied zwischen beliebig aber fest und beliebig erkläre. Und den kennen wir eigentlich eher aus den Mathevorlesungen vielleicht, aber auch aus Algorithmen. Denn auch bei den Algorithmen muss man Dinge beweisen. Und in den meisten Fällen werdet ihr eigentlich nur mit beliebig aber festem Informatikgrundstudium hantieren müssen. Aber es gibt ein paar Fälle, wo euch vielleicht mal das Wort beliebig um die Ohren geflattert wird. Und ich will euch heute kurz zeigen, was genau damit gemeint ist. Heute mit dabei für euch ist wieder unser Partner GetInIT. Falls ihr sie noch nicht kennt, bei GetInIT können so intelligente Menschen wie ihr, die sich ja freiwillig so eine Infobombe wie die Videos dieses Kanals hier geben, ein Konto gratis erstellen, dort eintragen, was genau sie gut können und anschließend Jobangebote bekommen. Das heißt, indem ihr einfach nur eintragt, was ihr schon könnt, suchen Firmen sich aus, wer am besten zu ihnen passt. Schreiben euch dann an und ihr bekommt einen Job, der zumindest nach der Meinung der Firma ganz gut zu euch passt. Das Ganze ist für euch komplett kostenlos. Bezahlen müssen die Firmen, die euch wollen. Also wenn ihr jetzt oder in Zukunft einen Job in der Welt der IT sucht, meldet euch gerne an. Link ist in der Beschreibung. Gut, wichtig ist allerdings, dass wir hier erstmal sehen können, beliebig aber fest, ja, da kann man wunderbar Beweise zu machen. Zu beliebig wird es sehr, sehr schwer. Ich habe mal versucht, ein Beispiel zu nehmen, das euch auch schon ein bisschen bekannter ist. Nämlich ein Graph. Wir starten mit beliebig aber fest, weil das einfach die relevanteste Weise ist. Also hier nehmen wir an, dass die Knoten beliebig aber fest sind, also in unserem Fall sogar fest, einfach nur und nicht beliebig, weil ich ein konkretes Beispiel genommen habe. Und die Werte der Gewichte, ja, das bedeutet, also Gewichte sind ja das hier, die 3, die 5 und die 1, die sind auch beliebig aber fest. In unserem ersten Beispiel sind sie sogar festgleich, werden wir sie auf beliebig setzen. Das heißt, aktuell haben wir feste Gewichte. Die 42 bedeutet einfach, so viel kostet es mich überhaupt, zu Punkt A zu kommen. Wir können hier super gut an eine Navigation mit dem Auto denken. Das heißt, es kostet mich erstmal 42 Minuten, um zu Punkt A zu gelangen. Das haben wir einfach schon mal berechnet. Und danach kann ich entweder über die erste Strecke nach B fahren oder über die Strecke C und dann B zu B fahren. Und das kostet mich, wenn ich direkt fahre, 5 Kilometer, 5 Minuten, sucht euch aus. Oder es kostet mich erst 3 Kilometer und dann nochmal 1 Kilometer. Also wäre wahrscheinlich die Strecke hier untenrum effizienter. Das können wir mit gängigen Algorithmen für Graphen ohne Probleme festlegen und ohne Probleme auch ausrechnen. Vor allem mit so schönen festen Werten. Das heißt, es kostet mich, wenn ich die effizienteste Route nehme, 46 Minuten nach Punkt B. So, jetzt versuche ich das Ganze mal zu verallgemeinern. Das heißt, das hier waren feste Werte zu diesem Zeitpunkt noch. Jetzt wollen wir aber beliebig aber feste Werte haben. Das heißt, die Werte müssen jetzt beliebig werden, also parametrisiert werden. Das heißt, ich weiß nicht mehr, dass ich zu Punkt A 42 Minuten brauche. Ich weiß nicht mehr, dass ich zu Punkt B 5 Minuten von Punkt A brauche. Und ich weiß nicht mehr, den Weg von A nach C und den von C nach B weiß ich auch nicht mehr. Also, was mache ich? Naja, ich wechsle hier einfach zu Buchstaben. Das heißt, ich habe natürlich meine Kosten zu A, die muss ich so oder so haben, wenn ich an diesem Punkt hier angekommen bin. Und ich habe dann meine Kosten zu B namens B. Und natürlich habe ich auch hier unten meine Kosten von C, von A nach C und von D, von C nach B. Und jetzt kann ich das Ganze ausrechnen. Entweder ich kann ja, also zu A muss ich so oder so. Das heißt, ich muss technisch gesehen hier A so oder so immer machen. Ihr seht, ich habe gerade kurz noch was angepasst, weil ich das vorhin vergessen habe. A, die Kosten habe ich so oder so immer und muss immer hier zu diesem Punkt gehen. Und dann habe ich die Möglichkeit, entweder direkt zu B zu gehen oder über C nach D zu gehen. Zu dem Zeitpunkt ist nicht mehr klar, ob wir wirklich unbedingt über den Punkt C gehen, also C plus D nehmen oder ob wir direkt B nehmen. Es ist einfach hier, wir sagen, wir nehmen das Minimum aus den beiden. Das wäre hier wahrscheinlich die beste Alternative. In dem Punkt sind allerdings die Gewichte beliebig aber fest. Das heißt, B kann jeder Wert sein, zumindest fast jeder Wert. Manche machen hier wenig Sinn, aber grundsätzlich kann das jeder Wert sein. Und auch C und D können jedem Wert entsprechen. Das heißt, ich habe feste Gewichte, sie haben einen Wert, aber sie sind trotzdem beliebig. So, jetzt gehen wir den Schritt weiter und wählen doch einfach mal beliebige Gewichte. Und wie das bei so einem Graph aussehen könnte, das macht auch sogar tatsächlich Sinn, sieht so aus. Mit festen, aber beliebigen Werten jetzt erstmal. Das hört sich total weird an. Beliebig und fest erstmal gleichzeitig. Das heißt, was wir haben ist, wir haben erstmal die 42. Wir brauchen 42, um nach A zu kommen. Und von A kennen wir nur die Kosten, um nach C zu kommen. Wir kennen nur die Kosten, um nach B zu kommen. Wir kennen aber zu diesem Zeitpunkt hier noch nicht die Kosten, um von C nach B zu kommen. Was wir jetzt machen, ist meistens ein Greedy-Algorithmus. Ja, das bedeutet, wir wissen ja nicht, wie teuer es ist von C nach B. Wir können unter Umständen eine grobe Schätzung angeben, dass es dann aber schon wieder Next Level. Aber wir gehen erstmal davon aus, dass der Wert komplett beliebig ist. Ja, dass dieses Fragezeichen hier absolut unbekannt ist. Es kann 0 sein, es kann ja genauso gut 1 sein, es kann genauso gut minus 1 sein. Das ist jetzt in dem Fall so. Und was wir jetzt machen, ist, wir fahren nach C. Denn das kostet uns weniger, als direkt nach B zu fahren. Also machen wir das. Und dann deckt sich auf, oh oh, ja, es kostet mich mehr, von C nach B zu fahren, als von A direkt nach B. Das ist doof gelaufen für uns jetzt in unserem Algorithmus. Also was machen wir? Wir machen wieder einen Greedy-Algorithmus. Denn jetzt, zu diesem Zeitpunkt, wissen wir nicht mehr, was es kostet, von A nach B zu fahren. Die Werte sind nämlich nicht nur beliebig, sondern auch können sich jederzeit ändern. Das heißt, es kann für mich günstiger sein, wieder von C, also wir sind jetzt bei Punkt C, wieder zurück zu A zu fahren und dann nach B zu fahren. Und das ist das Verrückte bei beliebig. Die Werte sind einfach nicht fest, die können sich jederzeit ändern. Das macht es wahnsinnig schwer, es zu beweisen. Und ja, wir haben jetzt hier keinen Zeitfaktor drin. Das kann man grundsätzlich auch mit reinrechnen. Wir könnten theoretisch sagen, alle paar Sekunden wird gerechnet. Und wir haben hier auch noch einen Zeitfaktor, wie lange wir brauchen, um hier rüber zu gehen und so weiter und so fort. Also das ist alles möglich. Und ja, was wir jetzt machen, ist grundsätzlich, wir gehen wieder zurück. Das heißt, wir gehen hier wieder von C nach A zurück. Deswegen ist die Kante jetzt hier lila. Das bedeutet, ich habe sie doppelt gefahren. Also erst von A nach C, dann wieder umgedreht, wieder nach A gefahren. Und dann ist der Wert von A nach B günstiger geworden. Das heißt, ich nehme halt den B-Wert hier. Und wir sind dann bei Kosten von 4 plus 3 plus 3 plus 2, was 50 sind. Und wichtig ist aber, wenn ich jetzt direkt am Anfang von 42 auf A gegangen wäre und dann direkt auf B, dann wäre ich ja bei 47 Kosten gewesen. Und das wäre insgesamt günstiger gewesen, als von A nach C nach A nach B zu fahren. Das heißt, ich habe hier nicht die optimale Lösung gewählt, aber trotzdem die, die wahrscheinlich der Algorithmus ausgespuckt hätte. Der Algorithmus, den wir hier nämlich nehmen, ist ein Greedy-Algorithmus. Also ein gieriger Algorithmus, der nimmt sich einfach immer das Beste, was er kriegen kann. Wenn wir das jetzt wiederum parametrisieren, wird es lustig. Denn, ja, so eine Parametrisierung bei beliebigen Werten ist gar nicht mal so ohne. Ich mache das jetzt einfach mal wieder direkt so, wie wir es vorher gemacht haben, mit A, B, C und D-Werten. Sieht so aus. Genau, also was wir hier jetzt eindeutig sehen können, ist, dass es nicht mehr so einfach ist. Und dass wir eine Rekursion vor allem auch drin haben. Also, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wir starten so oder so bei Punkt A. Zudem müssen wir so oder so, den können wir einfach als gegeben nehmen. Das heißt, wir haben hier den Wert A. Der ist so oder so immer dabei, dieses kleine A plus hier. Und dann sagen wir, okay, wir nehmen uns den, also wir können im Endeffekt nur unsere direkten Nachbarn kennen. Und die können auch negativ sein. Das kann alles Mögliche sein. Das heißt, was wir machen ist, wir gucken, welcher Weg ist günstiger für mich. A auf C oder A auf B. Und wenn A auf B günstiger ist, dann sind wir schon direkt da. Kein Problem. Das wäre dann der einfache Fall hier hinten, indem wir B1 nehmen als Gewicht. Andernfalls, also wir entscheiden hier, welcher der günstiger ist. Also deswegen das Minimum hier. Entweder ist es B1, also direkt mein B. Andernfalls muss ich hier C1 nehmen. Das heißt, ich fahre von A auf C. Und dann wiederum muss ich gucken, ja, welches ist denn jetzt eigentlich mein günstigerer Wert? C wieder oder ist es D? Und dann kann ich hier zum Beispiel sagen, okay, es ist D. Das wäre der einfache Fall. Dann haben wir hier D1. Das heißt, ich gehe hier zurück. Oder ich gehe hier wieder die Kante zurück. Und mein C kann sich natürlich in dem Fall auch schon geändert haben. Das kommt, wie gesagt, auf euren Algorithmus an oder auf eure Situation drauf an. Das wäre dann hier sogar C2. Und dann bin ich ja wieder bei A. Das heißt, ich muss wieder gucken, was die Strecke A, B2 mir verspricht. Also B und C können sich ja hier wieder geändert haben. Und ja, das ist ein bisschen schwierig. Das kann eine endlose Rekursion sein zwischen A und C. Das kann sich mega unterscheiden, je nachdem, wie das Ganze für euch definiert ist. Denn C muss sich nicht ändern. C kann sich aber immer ändern. C kann sich sogar ändern, während ihr hier drauf seid. B kann sich ändern. B kann immer gleich bleiben. Manche Kanten können gleich bleiben. Manche Kanten können sich ändern. Es kann im Endeffekt alles sein. Und das ist halt das Problem bei beliebig. Man kann sehr schlecht damit rechnen. So, jetzt kurz zum Realitätscheck. Die Realität ist leider meistens eher beliebig als beliebig, aber fest. Aber die Realität hat auch zumindest einige Richtlinien. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz an die Berechnung von Grafen denken, beziehungsweise zum Beispiel an eine Wegberechnung. Wenn ich von hier in die nächste Stadt fahren möchte, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, völlig egal, dann habe ich zumindest Mindestkosten hierbei. Das heißt, ich kann auf jeden Fall sagen, B, also die Kosten für B, sind zwischen einem unteren Limit und einem oberen Limit. Und ich kann sagen, die Kosten von C sind unteres Limit bis oberes Limit. Die Kosten von D sind auch unteres Limit bis oberes Limit. Das heißt, sie sind nicht komplett beliebig, sondern sie sind so ein bisschen dazwischen. Und ich kann mir natürlich eine Momentaufnahme für den gesamten Weg berechnen. Und falls irgendwo ein Stau auftritt, der quasi für meine beliebigen Wege verantwortlich ist und dafür, dass es keine festen Wege sein können, falls irgendwo ein Stau auftritt, kann ich dynamisch gucken, wo ist denn vielleicht ein schnellerer Weg oder bleibe ich einfach beim Stau dabei? Das ist so ein bisschen der Realitätscheck. Das heißt, echt beliebige Werte sind da natürlich in dem Szenario nicht möglich. In der Theorie sind aber natürlich echt beliebige Werte komplett möglich und erlauben euch natürlich auch alles Mögliche mit den ganzen Situationen zu machen, die ihr habt. So, und das war es schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr noch mehr Wünsche habt zu Themen und vielleicht auch das beliebige, aber Festthema in der Mathe eher sehen wollt, wo es ursprünglich auch herkommt und bei der Parametrisierung von Algorithmen eher so ein bisschen, ja, reingerutscht ist aus Versehen, weil man es halt gebraucht hat, dann meldet euch. Denn auch eine Mathe-Serie hätte ich tatsächlich mal Interesse dran. Ich habe vor kurzem gemerkt, dass ich echt Bock habe, mal wieder ein bisschen was zur Mathe zu machen. Ja, also wenn ihr Lust habt, schreibt mir einfach, was ihr braucht. Schreibt mir vor allem, was bei euch auf dem Lehrplan steht, was ich vielleicht noch nicht abgedeckt habe. Die komplette Playlist ist hier in der Endcard dann auch wieder verlinkt, wenn ich dran denke. Falls nicht, sagt es mir Bescheid. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.